Tiger Woods sagt, dass er in der Vorbereitung auf ein Turnier jeden Tag 1.000 Ballkontakte hat. 1.000 Mal schlägt er einen Ball. Jeden Tag. In den Wochen, in den Monaten vor einem Turnier. Okay. Tiger Woods, der muss wissen, was er tut. Michael Phelps. Michael Phelps hat im Schwimmen alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und er sagt, wenn ich einen Tag nicht im Wasser bin, brauche ich anschließend zwei Tage, um mein altes Niveau wieder zu erreichen. Das heißt, wenn du einen Tag nicht im Wasser bist, dann verlierst du drei Tage an Entwicklung. Und Michael Phelps war bis zum Ende seiner Karriere jeden Tag im Wasser. Jeden Tag im Wasser. Reinhold Würth. Der Legende nach ist es bei Würth verboten, sein Auto während der Arbeitszeit zu tanken oder zu waschen. Also wenn man es wäscht, bekommt man sogar eine Abmahnung. Okay. Warum ist das so? Warum ist der da so streng? Autowaschen, Autotanken, das dauert doch irgendwie eine Viertelstunde. Ist doch nicht schlimm. Dann kann der Außendienstmitarbeiter doch mal eine kurze Pause machen. Also das sollte doch drin sein. Nein. Drei Beispiele, die alle drei auf das Gleiche hinauslaufen. Nämlich, du brauchst eine gewisse Schlagzahl. Viele Dinge ergeben sich auch aus Zufall. Es gibt den Film Das Streben nach Glück mit Will Smith. Toller Film. Und dort ist er Verkäufer. Und es gibt eine Szene, wo er den Vorstand eines großen Unternehmens anruft. Und mit dem macht er nachher einen Riesendeal. Und jetzt siehst du genau, wie er das macht. Und er sagt, ja, hallo, hier ist Will Smith von Dean Witter. Und ich habe gedacht, ich rufe Sie mal an. Ich habe hier tolle Produkte. Ich denke, da wird auch irgendwas für Sie bei sein. Und dann sagt der Kunde, ja, gut, dass Sie anrufen. Ja, heute ist Baseballtag. Sie können vorbeikommen, aber dann jetzt direkt. So. Und dann kommt er da vorbei. Und dann macht er diesen Riesenauftrag. Okay. Hat das was mit Können zu tun? War da irgendetwas bei, was rhetorisch so brillant war, dass wir darüber sprechen sollten? Nein. Das war wirklich unterdurchschnittlich, was Will Smith in der Szene abgeliefert hat. Warum hat er diesen Deal gemacht? Weil er angerufen hat. Weil er in dem Moment aktiv war und er hat angerufen. Und es war ein Zufall, dass der Kunde drangegangen ist, dass er gut drauf war, dass er ihm sofort einen Termin gegeben hat. Das war Zufall. Viel Geschäft ergibt sich durch Zufall. Einer meiner Kunden im Mentoring-Programm, eine Führungskraft, der sagt, Dirk, ich habe hier einen Verkäufer, der macht nur 86 Calls, obwohl wir ausgemacht haben 100 Anrufversuche pro Tag. Und er macht nur 86 und er sagt, was willst du von mir? Das ist doch gut. Der sagt auch, meine Zahlen sind doch gut. Guck doch mal meine Umsätze. Ja, aber du machst nur 86. Warum machst du nicht 100? Und er sagt, aber ich mache mit 86 doch schon gute Zahlen. Ja, aber mal angenommen, du würdest 100 machen. Du würdest 14 Prozent, also zumindest 14 Anrufe, Anrufversuche mehr machen. Angenommen, bei 14 Anrufversuchen gehen drei Kunden dran, hast du drei Gespräche mehr. Angenommen, alle drei Gespräche machst du einen Abschluss, dann hättest du einen Abschluss mehr. Jeden Tag. In dem Moment, wo du aber nur 86 machst, statt 100, fehlen 14 Anrufversuche. 14 Anrufversuche sind drei Gespräche. Drei Gespräche sind ein Auftrag. Ein Auftrag hat einen Durchschnittswert von, keine Ahnung, 1.000 Euro. Das bedeutet für eine 5-Tage-Woche, du lässt 5.000 Euro liegen. Das bedeutet für den Monat, du lässt 20.000 Euro liegen. Das bedeutet für das Jahr, dass du 240.000 Euro liegen lässt. Das ist die Rechnung. Und deshalb darfst du bei WIRT dein Auto nicht während der Arbeitszeit tanken. In der Zeit, wo du das Auto tankst, hättest du einen Handwerker besuchen können. Und möglicherweise ist deine Quote 3 zu 1. Wenn du also einmal, oder sagen wir, einmal in der Woche tankst du ein Auto während der Arbeitszeit. Das wären vier Besuche. Sagen wir mal, die Abschlussquote ist 50%. Dann wären das zwei Aufträge. Sagen wir mal, ein Auftrag ist im Schnitt 1.000 Euro. Dann sind das pro Monat 1.000 Euro. Im Jahr 12.000 Euro. Multipliziert mit 50.000 Außendienstlern. Die Zahl ist so groß. Da könnte sich Reinhold WIRT sofort ein neues Boot kaufen. Ein zweites Boot, ein drittes Boot. So groß ist die Zahl. So, darauf will ich hinaus. Habt eine große Schlagzahl. Lernt von Michael Phelps. Lernt von Tiger Woods. Lernt von Reinhold WIRT. Lernt von Will Smith. Aber habt eine hohe Schlagzahl. Und erfüllt eure Schlagzahl jeden Tag. Im Englischen sagt man, no shortcuts. Keine Abkürzung. Tiger Woods nimmt sich vor, 1.000 Ballkontakte pro Tag. Und er macht nicht 900. Er macht 1.000. Michael Phelps nimmt sich vor, jeden Tag ins Wasser. Und nicht nur 320 Tage im Jahr. Damit würde er nicht so erfolgreich sein. Es geht nicht darum, was du dir vornimmst. Es geht darum, dass du es auch wirklich machst. Und im Vertrieb ist einfach die Regel, viel hilft viel. Und viele Gelegenheiten ergeben sich, indem du den Weg einfach gehst. Und viel Geschäft ergibt sich durch Zufall. Woran erkennst du, dass ein Vertriebler abschmiert? Was schlechter wird an der Schlagkraft oder an der Schlagzahl? Schlagkraft ist seine verkäuferischen Fähigkeiten. Schlagzahl ist der Fleiß. Was geht als erstes runter? Woran erkennst du das? Es ist der Fleiß. Das Erste, was du immer beobachtest, wenn ein Verkäufer abschmiert, ist, er wird faul. Er macht kein 100 Anrufe mehr. Er macht 86, 75, 62, 48. Seine verkäuferischen Fähigkeiten sind noch Jahre gut. Aber sein Fleiß, der geht innerhalb von Wochen runter. Und dann musst du als Führungskraft intervenieren. Dann musst du gucken, woran das liegt. Und deshalb habe ich meinem Kunden im Mentoring-Programm gesagt, das darfst du nicht akzeptieren. Du musst einmal das richtig kommunizieren. Du musst ihn einmal überzeugen. Und wenn er das nicht einsieht, dann musst du es erzwingen. Aber du bekommst, was du duldest. Hast du eine Führung oder hast du eine Duldung? Du bekommst, was du duldest. Ich in meiner Organisation akzeptiere nicht 86, wenn 100 ausgemacht sind. Da muss ich aber mit meinen Leuten noch nicht diskutieren. Meine Leute haben das alles verstanden. Das ist deren DNA. Niemand geht, wenn er die 100 nicht erreicht hat. Dann bleiben die lieber nochmal eine Stunde länger. Manchmal auch nur eine halbe Stunde länger. Aber sie machen die 100 voll. Und das Spannende ist ja, du machst die 100 voll. Du bleibst eine Stunde länger. Und auf einmal machst du noch zwei Abschlüsse. Und du denkst, wow, eigentlich war der Tag nicht gut. Aber jetzt auf der Zielgeraden habe ich noch zwei Abschlüsse gemacht. Bleib dran. Das ist die Kernbotschaft. Bleib dran. Hör auf, dich selber zu betrügen. No Shortcuts. Und wenn du dich jetzt wiedergefunden hast, als Telefonverkäufer zum Beispiel, und du sagst, okay, ich brauche immer mal wieder so einen Arschtritt. Ich will auch immer besser werden. Ich möchte auch Feedback haben. Dann ist das Ideale für dich die Telesales Profi Masterclass. Das ist ein Coaching- und Beratungsprogramm, was über mehrere Monate geht. Und du hast dreimal in der Woche die Gelegenheit, mit meinem Team zusammen daran zu arbeiten, immer besser zu werden. So. Und wo findest du mehr dazu? Hier. Wenn du da klickst, dann ist das der Link zur Telesales Profi Masterclass. Und bei YouTube habe ich eine Playlist zum Thema Mindset. Und die ist extrem wertvoll. Die findest du hier. Es geht mir wieder. Vielen Dank.